Hey Leute, ich bin Nils, 27 Jahre alt, komme aus Bodenburg, baue hauptberuflich Mountainbike-Strecken und so auch die Corona-Jumpline hier vom SV Allfeld bei mir am Homespot. Und ja, es ist ein super cooler, super technischer Jumpline, 15 Doubles, einer nach dem anderen, ein paar Kurven mit drin, schön technisch. Ja, guckt auch mal mit, schaut euch an. Ja, guckt auch mal mit, schaut euch an. So, ganz wichtige Regel, no dig no ride, wer nicht baut, der fährt auch nicht, also schwingen wir jetzt die Schaufel.